Guten Morgen, liebe Leser! Ihr wundert euch bestimmt, was ihr im Kühlschrank macht. Und zwar suchen wir wieder das Bild des Monats und diesmal ist das Thema Lieblingsessen. Ihr habt Zeit, bis Montag, das ist der 26.11., uns euer schönstes Foto von eurem Lieblingsgericht zukommen zu lassen. Das geht entweder per E-Mail an info-woche.com oder per Facebook-Nachricht. Wir treffen eine kleine Vorauswahl und ihr stimmt bei Facebook ab, welches Foto gewinnt. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was, und zwar einen Gutschein von dem Restaurant der E-Sole-Therme in Salzhemmendorf. Wir freuen uns auf ganz viele leckere Fotos, viel Spaß beim Fotografieren und noch ein schönes Wochenende. Ciao!